Glück auf Schalker, Derry John Merkin ist immer noch ein heißes Thema bei Holstein Kiel, dann Teil 2 von Ben Munger präsentiert uns unsere Neuzugänge und es gab ein geheimes Spiel gegen Leeds United, all das in dem Video, schreib deine Meinung zu allen Themen gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Derry John Merkin ist für den S04 eigentlich in der kommenden Saison absolut gesetzt, man möchte ihn als integralen Bestandteil der ersten Elf haben, allerdings wissen wir auch, er sieht sich durchaus auch in der Bundesliga und wir wissen auch in der Bundesliga gibt es Interesse an dem Spieler, insbesondere von Holstein Kiel. Und weiterhin hören wir jetzt aus den Niederlanden, dass man sich wohl zwischen Spieler und Holstein Kiel mittlerweile einig ist, allerdings, um das ist meine große Hoffnung, Holstein Kiel hat alles, aber definitiv kein Geld, um Derry John Merkin zu bezahlen, denn Schalke möchte ihn nicht abgeben, bräuchte also ein unmoralisches Angebot und Holstein Kiel kann sich das nicht erlauben. Das äußert auch nochmal Dirk Große-Schlamann von Sky, der ganz klar sagt, es gibt keinen neuen Stand, denn Kiel kann nicht oder möchte nicht. Dementsprechend, ich hoffe einfach, dass das Ding irgendwie bis zum Deadline-Day durchgeht, dass da nichts passiert, denn ich würde mir unbedingt eine weitere Saison Derry John Merkin auf Schalke wünschen. Der Typ ist einfach nicht nur sympathisch, sondern ein absolut guter Spieler, auch auf dem Platz, der mir richtig gut gefallen hat und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann insbesondere in der nächsten Saison, wenn der so weit macht, dann auch so weit ist, dann allerdings wahrscheinlich auch für ein bisschen mehr Ablöse und dann auch immer noch mit dem Gedanken, okay, wahrscheinlich hat man dann bereits Ersatz. Das ist dementsprechend Derry John Merkin, weiter ein heißes Thema, aber wir hoffen mal, dass da weiterhin nichts passiert. Bereits gestern habe ich euch Teil 1 präsentiert von Ben Manga, stellt unsere Neuzugänge vor, heute gibt es Teil 2. Ron Torben Hoffmann, Remat ist dabei, In Sanchez ist dabei, in Holland ist dabei und wie immer, schaut mal in die Beschreibung, dort findet ihr den Link zum gesamten Text. Ich will euch hier immer nur kleine Passagen vortragen, lest euch das mal durch, ist durchaus sehenswert. Wir fangen an mit Ron Torben Hoffmann, da sagt Ben Manga mit Torben, der im Klammern dann gesetzt, der Spieler möchte Torben genannt werden, Anmerkung der Redaktion, haben wir einen Keeper geholt, der beim FC Bayern über mehrere Jahre eine sehr gute Ausbildung genossen hat und der der Lizenzmannschaft der Münchner regelmäßig mit zahlreichen Nationalspielern auf extrem hohem Niveau trainieren konnte. Dann geht es noch weiter, wie gesagt, durchlesen ist wirklich spannend. Emil Heulund, mit Emil haben wir vom FC Kopenhagen einen talentierten Angreifer mit einem sehr interessanten Profil verpflichtet. Der Junge bringt mit seinen 1,91 sehr gute Voraussetzungen für die Position in der Spitze mit. Er ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Laufhing und zugleich Bälle festmachen kann und der weiß, wo das Tor steht. Und das ist ja auch der Punkt, das habe ich ja bereits mal erwähnt, Emil Heulund ist jetzt nicht der Schnellste, der wird auf eine längere Distanz durchaus schnell, aber im Antritt, das ist jetzt kein direkter Sprinter, aber mitspielender. Mitspielender, gut, mitspielende Stürmer, da hatten wir auch schon mal so ein paar Spiele, ich erinnere da an Franco de Santo, okay, aber ist natürlich was anderes. Peter Rembrandt, ich verbessere das mal, Peter verfügt über ein äußerst interessantes Profil. Mit seinen 1,93 und seinem Körperbau ist er ein Stürmertyp, den es heutzutage kaum noch gibt. Neben der Größe überzeugt der Junge ebenfalls mit einer guten Beschleunigung. Er hat insgesamt viel Power in seinem Spiel. Wenn Peter zum Abschluss ansetzt, dann kann sich der gegnerische Torhüter auf etwas gefasst machen. Dazu bringt er die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Wird ja, habe ich ja auch ebenfalls gestern bereits erzählt, sehr wahrscheinlich auch in regelmäßigen Abständen eher in der U23 spielen und teilweise auch mittrainieren. Und so langsam aber sicher herangeführt werden, was durchaus Sinn macht. Der ist noch so jung. Anders wird das bei Felipe Sanchez aussehen, denn der wird direkt bei der ersten Mannschaft voll integriert sein. Ist aber ehrlicherweise auch nochmal ein bisschen was anderes. Hat ja auch schon mehr Erfahrung in der ersten Mannschaft. Da sagt Ben Manga, wir sind von Filippes Fähigkeiten zu 100% überzeugt und haben deshalb sehr um ihn gekämpft. Mein Scouting Team und ich kennen ihn schon seit drei Jahren, haben seinen Weg seither genauestens verfolgt und immer wieder Kontakt gehabt. Gerade unser Scout für den argentinischen Markt, der auch dort lebt, war regelmäßig bei Filippes Spielen vor Ort und hat sich ein Bild von seiner positiven Entwicklung machen können. Und genau das ist eigentlich wieder das, was wir ja ehrlicherweise auch in Ben Manga irgendwie lieben. Der kennt ihn seit drei Jahren. Der ist 20. Der hat mit 17 angefangen, den zu verfolgen und hat jetzt entschlossen, okay, jetzt ist der Schritt gut, jetzt kann er zu uns kommen. Also wirklich kein Wunder, dass Ben Manga erstens so einen guten Ruf hat, zweitens so gut vernetzt ist und regelmäßig solche Spieler holen kann, wenn der so lange solche Spieler verfolgt. Finde ich phänomenal und gefühlt gab es das beim S04 lange Zeit so überhaupt nicht, denn sehr häufig musste ein Spieler mal eine gute Saison spielen und dann, ach ja, weißt du was, dann kaufen wir den jetzt eben und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ich bin total gespannt. Filippe Sanchez, der wird höchstwahrscheinlich relativ schnell auch relativ wichtig werden. Der FC Schalke 04 hat ein geheimes Spiel gegen Leeds United gemacht, das durfte nicht vorher angekündigt werden. Es durften auch keine Fans hinkommen, denn das wurde verboten. Das Sicherheitskonzept sah das vor. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es ja bereits vorher gesagt, das habe ich in einem vorherigen Video schon gesagt, das war relativ klar irgendwo. Ich finde es trotzdem einfach irgendwie bescheuert. Ich meine, wo sind wir denn hier? Mal ganz ehrlich, wenn wir soweit schon sind, aber nun gut. Das Spiel ist am Ende mit einem 2 zu 0 ausgegangen für Leeds United. Dementsprechend leider wieder ohne Tore, aber dann spart man sich das eben für Braunschweig auf. Also dann hauen wir Braunschweig im ersten Bundesligaspiel aus der Arena. Dann nehme ich das auch und dann sind mir alle Testspiele davor ehrlicherweise auch komplett egal. Wir schauen uns mal kurz die Ausstellung an. Die ist ganz spannend, allerdings ganz wichtig, wenn ihr die Ausstellung jetzt seht, das wird nicht unbedingt genauso die erste Ausstellung gegen Braunschweig sein. Das hat Karagerts auch bereits vorher gesagt. Die Startelf steht noch nicht fest. Die Ausstellung hier war Hofmann, Kalas, Kaminski, Möken. Dann in einem 5er Mittelfeld Gantenbein, Seguin, Schallenberg, Bachmann, Donkor und vorne dann Musazila und Karamann. Wir sehen also 3-5-2 und ich kann mir durchaus den einen oder anderen Namen noch vorstellen, der da raus rotieren wird bzw. der rein rotieren wird. Ich bin sehr gespannt, zum Beispiel bei einem Anton Donkor, wird der direkt spielen oder kommt er jemand anderes rein? Insgesamt, wie gesagt, 2 zu 0 verliert man hier. Ja, ist okay. Ich meine, wir können es uns jetzt alle im Nachhinein nochmal anschauen. 90 Minuten lang auf YouTube wurde das Ganze aufgezeichnet. Und ganz ehrlich, abhaken, die insgesamte Testspiele waren teilweise okay, teilweise waren die naja. Aber ich erinnere da auch nochmal, wir hatten auch schon mal so eine Vorbereitung, die war richtig mies. Und dann lief das richtig gut. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon Testspiele, da lief alles Bombe und du hast alles gewonnen. Und du dachtest hier damals noch so, wir werden Meister. Was ist hier denn das hier los? Und dann plötzlich spielst du um den Abstieg mit. Dementsprechend abhaken. Das Einzige, wo ich hier auch nochmal sagen muss, die Trikots von Leeds. Ne, also daran kann ich mich also gar nicht gewöhnen mit dem Red Bull Sponsoring. Das sieht ja richtig hässlich aus, das Gelb. Dann mit dem Blau. Also Geschmacksverkalkung ist echt noch ein netter Ausdruck dafür. Aber da müssen die sich Gott sei Dank mit rumschlagen, denn wir haben schöne Trikots. Und damit bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Schreib gerne mal alles in die Kommentare und dann sehen wir uns bei den nächsten News. Bis zum nächsten Mal.